Segel setzen, weeeeee, blöden Namen, da ist das gute alte Horn, ach wie ich es liebe. So, wir sind da, um eure Schätze zu merken. Fahrkreisen sagt man Quarz. So, zack. Hier gibt es ein bisschen Lava, muss man aufpassen. Ist ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaube ich brenne schon ein bisschen. Oh, da hat schon jemand ein Ausrufezeichen, was ist hier los? Warum bist du denn schon hier Chaos abmacht? Man weiß gar nicht hier mehr so richtig wer hier Feind und Freund ist. Hier ist alles gerade so ein bisschen alles in grauen Grau. Ja, zack, weg damit. Da sind wir irgendwann, ja da noch. So. Auch hier schon wieder, schon wieder Ausrufezeichen. Gut, dann machen wir jetzt hier alles Stück für Stück, ne. Hier kann man aufbrechen. Ich brauche hier mal Hilfe. Einmal helfen. Und ich glaube, da ist schon das Quarz-Symbol. Oh, diesmal ist das ein Schreiner, also keine Truhe. Das ist ja ganz toll. Erbeuten wir das mal, wie auch immer das geht. Ach, einfach runterschieben. Dreck. Boah. Boah. Ho. Unser erstes erbeutetes Quarz. Und das nur zwei Stück. Ey, sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Da waren doch jetzt gerade mindestens 20, 30 Quarzbrocken drin. Das waren zwei Stück. Was ist das für eine Animation, bitte? Okay. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Na gut. Wollen wir nicht rummeckern. Hier ist wieder einer am sterben. Oder ne, bitte. Nein. Er wartet nur auf uns. Oh mein Gott. Es tut mir leid, dass ich das mal bei anderen mache. Sonst warte ich immer. Das kenne ich gar nicht anders. So, und das war es auch schon hier mit dem Raubzug eigentlich. Wieder ein Reichtum geholt. Wieder Quarz. Und wieder gibt es nur zwei. Naja. Gut. Da müssen wir ein bisschen haushalten mit dem Quarz. Da müssen wir doch mal ein bisschen nachdenken, für was wir das hier einsetzen. Wir schauen noch mal ein bisschen auf die Weltkarte an. Wir sind ja noch nicht ganz durch hier. Hier gibt es doch noch was. Sieht aus wie ein Artefakt. Eine Schriftrolle. Die ist oben. Aber unten ist noch ein kleiner Schatz, der bestimmt legendäres Eisenerz und legendäres ultimatives Leder für uns bereithält. Dafür gehe ich auch in Lava rein. Wow. Ganz cool. Ich glaube, wir müssen rein hier. Ja, das ist im Gebäude wieder. Wie es halt so ist. Man denkt, das wäre draußen und da muss man rein. Die Blasen schon in Zorn, obwohl ich hier noch nicht gesagt habe, dass sie abhauen sollen. Das sind meine Freunde und Helfer. Ich glaube, wir gehen einfach jetzt rein hier, oder? Die Lava macht doch... Oh Gott! Nein! What the fuck? Also, ich bin ja schon öfters in Lava reingerannt, aber die war jetzt gerade ein bisschen schmerzhaft. Okay, also jetzt habe ich doch vor Lava ein bisschen mehr Respekt bekommen. Ich weiß nicht, warum das gerade jetzt so viel Schaden gemacht hat. Vielleicht umso länger man da drin ist. Aber ich habe ja diesen Huger. Okay, also ich dachte, hier könnte man rein. Aber hier geht es nicht hoch. Ich habe Angst! Gehen wir doch mal schnell zum Schatz. Ja, das sehe ich. Kann man hier hoch? Nee, ne? Ach, das ist doch jeder wieder ein Blödsinn. Schnell mal weg. Also doch, Lava macht doch viel Schaden. Also irgendwie hatte ich das Glück, ab und zu mal wenig Schaden zu haben hier. Vielleicht nur, wenn man so kurz drauf ist, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm und dann bei längerem Aufenthalt des Labers ist der Tod gewiss. So, hier haben wir noch eine Ecke, wo wir mal reingehen können. Lebe wohl! Nie bereute ich irgendetwas bis zu jeden Tag, an dem die Feuerriesen uns angriffen. Ich floh und überließ meine Brüder ihren Schicksal. Ich ertrage es nicht. Ich höre noch immer ihr Weg klagen. Diese Last ist zu viel für mich. Es ist Zeit, all dem Ende zu setzen. All dem Ende zu setzen. So, blündern, blündern, blündern. Vielen Dank, dass du alles noch dagelassen hast, mein Freund. Du weißt, dass ich hier herkommen wollte. Ah, und hier ist das Artefakt. Da haben wir es. Tada! Was haben wir denn hier? Was zu lesen? Ge-Fulli-Si und die Zauberin. Einmal wurde Ge-Fulli-Si von einer Zauberin mit einem Fluch belegt, der ihn müde macht und nur langsam zu Kräften kommen ließ. Solange der Fluch wirkt, musste der Zwerg gut mit seiner Kraft aushalten. So, also haben wir so eine Heldensaga jetzt aufgenommen. Die gibt es also wieder Heldensaga, Geschichte über Heldentaten, die einen inspirieren und dadurch anscheinend auch eine neue Quest. Schauen wir mal kurz in die Quest rein, was wir da jetzt bekommen haben. Also die ist jetzt durch diese Heldensaga hinzugekommen. Und da sollen wir hier mit Cara sprechen, der Valkyria. Also die kennen wir noch gar nicht. Also die sagt mir hier gar nichts. Wo auch immer die ist, wir werden das noch machen, aber wir wollten jetzt erst mal Quarz sammeln. Genau. Sammle genug Quarz und andere Materialien. So, was sollten wir jetzt hier machen, um den Hukat aufzuwärmen, muss der erhabene Quarz und andere Materialien zu einem Schmied bringen. Genau. So, also wir müssen jetzt wieder zum Schmied zurück. Quarz findet sich in zwergischen Mühlen, die hier mithilfe der Anfall ist ein Trupp der stärksten Blablabla. Überreste erhält da. Ja, Blablabla. Okay, also müssen wir jetzt zum Schmied zurück, würde ich denken. Ich weiß nicht, ob das reicht. Und da irgendwas aufleveln. Also hier dürfen wir jetzt nichts machen, oder? Es geht halt auch nicht an einer Quest hervor, wie viel wir jetzt von dem Scheiß brauchen. Das haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt gehen wir zum Schmied. So, und der Schmied ist ja überall, also da überall, wo die Zuflucht ist. Wir müssen jetzt nicht unbedingt zu dem Schmied. Gehen wir hier mal hin. Dann schauen wir mal, was wir jetzt so machen können mit den Sachen. Genau. Das ist ja nämlich eine Quest, die unmittelbar jetzt erledigt wird. Ja, da sind wir bei einer Zuflucht. Wir wissen ja, es gibt ja eine Schmiedin. Da werden wir auch mal zu ihr hingehen und dann mal ansprechen. Du hast genug Material, um deine Armschiene zu verbessern. Ja. Muss ich jetzt irgendwas selber machen? Was heißt das jetzt? Was muss ich jetzt machen? Also das mit der Kraft der Wiedergeburt und so, das kennen wir ja, das haben wir jetzt durch ein Video irgendwie. Da kann ich jetzt hier irgendeinen Upgrade reinmachen. Also hier braucht man ja diese, wie nennt man das? Bla, 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 oder? Lebender Funken. Da haben wir ja nicht so viele lebende Funken. Hier kann man ja nichts machen. Das ist einfach so das Ding. Und hier kann man halt immer was upgraden. Also das Einzige, was man upgraden kann, leuchtet anscheinend. Entweder das hier jetzt, können wir jetzt uns entscheiden, zwischen Muspelheims Zornführer 1R2, schweren Angriff aus, um eine Explosion mit einem Radius von 5 Meter zu verursachen. Wir schauen mal kurz das Video an. Okay. Also man ist hier in dieser Tarnung. Wenn du dies tust, fliegt deine Tarnung auf. Das ist auch irgendwie doof, oder? Irgendwie doof. Ja gut, man kann da so final dann irgendwie hingehen und versuchen dann voll den großen Schaden zu machen. Würde ich jetzt nicht so favorisieren. Ich würde eher mehr so die Länge. Hier dauert es 25 Sekunden, hier sind es 35 Sekunden. Das sind halt 10 Sekunden mehr. Ob das jetzt natürlich das Wahre ist, weiß ich nicht. Aber wir machen jetzt das hier. Und jetzt tut hier dieser, ich weiß nicht was es ist, dieser Rabe hier nochmal aufleuchten. Ja. Okay. Genau. Und jetzt haben wir das einfach ein bisschen erhöht und das war's. Damit haben wir die Quest abgeschlossen, Jäger und Sammler. Also einmal irgendwas verbessern. So viel holen, wie es geht und dann einfach verbessern.